...in die Tischtennishallen zieht. Da spielt er auf. Aber der hat schon... ...muss auch erstmal geschlagen werden. Die Kultusel ist da. Verkort das die Kultusel schreit. Bagnauern. P glut in die Kultusel. Wohin! Angeln. Wohin! Wohin! Wahnsinns Ballwechsel. Man muss Boll auch einmal durchpusten. Die Rassimenko kriegt ja noch ganz schön viele Bälle zurück. Aber Boll setzt halt einfach nach. Mit 11 zu 4 steht es zwischen Fulda und Bad Königshofen um nur einmal ein Paar. Die Rassimenko kriegt ja noch ganz schön. Die Rassimenko kriegt ja noch ganz schön. Stark geholt noch aus den tiefen Vorhaben. Vielleicht etwas besser rein, aber ob er Boll tatsächlich gefährden kann. Was? Was ist das? Was? Das war's. Ein bisschen Glück weiß, was zu viel ist und was möglich ist. Und von einem Ende... Stark gemacht von Gerassi Menko, der hier einen Ball nach dem anderen holt. Wahnsinn, der Ballwechsel läuft immer noch. Das gibt es ja gar nicht, meine Damen und Herren. Das gibt es ja gar nicht, meine Damen und Herren. Das ist ja gar nicht. Wieder Glück. ... den Ball geben kann. Einrufen. Das war eigentlich gut gemacht von Gerasimenko. Bisschen Glück hier für Gerasimenko. Oh, Boll holt hier jeden da. Hatten... ... den Ball. 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 ... und er schafft das auch. Timo Boll gewinnt gegen Kirill Gerasimenko mit 3 zu 0. Gerasimenko war zwischendurch noch mal etwas besser ins Spiel reingekommen. Besonders immer.